Hallo zusammen, die Blockchain Celestia hat sich zu einem wahren Airdrop-Monster entwickelt. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht ein Airdrop für diejenigen angekündigt wird, die ihre TIA-Tokens gestaked haben. Und viele der Airdrops haben noch überhaupt gar nicht stattgefunden, sondern die kommen erst noch. Es ist also noch nicht zu spät, TIA zu kaufen und zu staken, damit man den einen oder anderen Airdrop noch mitnehmen kann. Ist das also die perfekte Strategie, mit geschenktem Geld reich zu werden, indem man einmal seine TIA-Token staked und dann monatelang den warmen Geldregen genießt, der auf einen einprasselt? Und entsprechend hat sich auch der Tokenpreis in den letzten Monaten entwickelt. Anfang November stand der TIA-Token noch bei 2,50 Dollar und inzwischen sind wir schon bei knapp 20 US-Dollar. Wenn das so weitergeht, sprechen wir in Kürze von einem 10X in nur drei Monaten. Aber wie man ja weiß, bekommt man im Leben nichts geschenkt und das gilt ja vor allem im Kryptospace. Ist das also nur ein leerer Hype, der den Kurs nach oben treibt und ist die Bewertung von aktuell 2,7 Milliarden US-Dollar für Celestia wirklich gerechtfertigt? Und dazu muss man erstmal verstehen, was Celestia überhaupt macht. Celestia beschäftigt sich nämlich mit dem aktuell wichtigsten Thema im Kryptospace, nämlich der Skalierung von Blockchains. Dabei geht es darum, wie schnell eine Blockchain wachsen kann und wie teuer die Transaktionen werden. Und an der Stelle haben vor allem die älteren Kandidaten wie Ethereum oder Bitcoin große Schwächen. Aber auch bei neueren Kandidaten wie zum Beispiel Solana ist noch längst nicht erwiesen, dass die Gebühren da für immer so niedrig bleiben werden. Nicht umsonst werden aktuell neuere und schnellere Blockchains hochgehandelt, wie zum Beispiel Zui und Aptos oder auch Zay und auch immer wieder als Ethereum-Nachfolger ins Feld geführt. Und das Thema ist also in diesem Bullenmarkt extrem wichtig geworden, wenn nicht sogar eines der bestimmenden Themen überhaupt in diesem Marktzyklus. Celestia setzt genau da an, aber Celestia ist nicht eine von den vielen, vielen Blockchains, die jetzt noch mehr Transaktionen bieten und noch weniger Gebühren verlangen. Celestia bietet stattdessen Tools an für Blockchains, damit sie besser skalieren können, indem sie bestimmte Aufgaben outsourcen und damit Kosten und Ressourcen sparen können. Celestia ist also eine Art Outsourcing-Anbieter für andere Blockchains und verdient damit bei allen Blockchains gleichzeitig mit, die Celestia einsetzen. Also, wie macht Celestia das genau? Das kann man sich gut klar machen, wenn man sich mal eine ganz einfache Transaktion auf einer Blockchain anschaut. Zum Beispiel eine Transaktion, bei der ich hier USDC stacke. Und es ist jetzt auch egal, wo ich da stacke, also zum Beispiel jetzt bei Aave oder so. Und das ist tatsächlich einfach nur ein Beispiel und natürlich auch super krass vereinfacht. Also, was passiert da in der Transaktion? Ich habe also zunächst noch 1050 USDC in meinem Wallet und möchte die jetzt staken oder davon 1000 USDC staken. Also, zu dem Zeitpunkt hier habe ich noch gar nichts gestaked. Und wenn ich die Transaktion nun abschicke, landet die bei den Validatoren und die müssen die Transaktion abarbeiten. Und das ist jetzt natürlich super vereinfacht. Dafür müssen die dann erstmal nämlich von meinem Kontostand 1000 USDC abziehen, sodass mein neuer Kontostand jetzt 50 USDC beträgt. Und das ist natürlich eine Rechenoperation. Und dabei wird natürlich auch geprüft, kann ich überhaupt so viel staken und viele andere Sachen, die Berechtigungen und so, die ich vielleicht brauche, um das zu tun. Aber das hier ist ja absichtlich total vereinfacht, weil so klarer wird, welche Rolle Celestia tatsächlich spielt. Aber bevor hier ein neuer Kontostand berechnet werden kann, müssen die Validatoren erstmal nachsehen, wie viel ich im Wallet habe. Und das machen die, indem sie nachschauen, welcher aktuelle Kontostand im Netzwerk gespeichert ist. Und das ist also jetzt eine Leseoperation. Und es wird also im Speicher etwas ausgelesen und dann die Daten zum Rechnen zur Verfügung gestellt. Und nach dem Rechnen wird der neue Kontostand zurück in den Speicher geschrieben und danach dann der aktuelle Stand meiner gestakten USDC ausgelesen und da dann die 1000 USDC draufgerechnet und der aktuelle Staking-Stand dann wieder zurückgeschrieben. Die ganze Aktion, so vereinfacht wie das hier also ist, besteht also aus zwei verschiedenen Aufgabenbereichen, die der Validator jeweils übernehmen muss. Zum einen also das Rechnen und zum anderen auch das Speichern von Daten. Und den Aufgabenbereich des Rechnens, den nennt man auch Execution Layer und den Bereich des Speichers, den nennt man Storage, wobei ich hier Storage absichtlich in Anführungszeichen gesetzt habe, weil das nicht ganz der korrekte Begriff ist und wie das richtig heißt, das kommt dann gleich noch. Jedenfalls müssen sich alle Validatoren darüber einig sein, dass jeder einzelne Schritt davon korrekt ausgeführt wird. Und dazu gibt es bei jeder Blockchain ziemlich unterschiedliche Mechanismen, wie das also jetzt vonstatten geht. Und bei Bitcoin ist das Proof of Work und bei Ethereum ist das Proof of Stake. Und es gibt noch einige weitere Varianten, aber dieser neue Aufgabenbereich, den nennt man den Consensus Layer, weil alle Validatoren sich darüber einigen müssen, ob eine Transaktion gültig ist oder nicht. Sie müssen also eine Art Konsens erzielen und daher das Wort Consensus Layer. Die älteren Blockchains übernehmen alle diese Aufgaben selber und die Idee von Celestia ist jetzt, dass man diese Aufgaben auch trennen kann. Also indem man den Execution Layer der Blockchain selber überlässt, aber das Speichern und zur Verfügung stellen von Daten, das kann man auslagern auf Celestia. Die Idee dabei ist, dass die Blockchains sich alle ein bisschen unterscheiden im Bereich des Execution Layers, wo zum Beispiel Ethereum die EVM hat, also die Ethereum Virtual Machine und Solana dagegen dann zum Beispiel die SVM, also die Solana Virtual Machine. Und auch der Consensus Layer ist bei allen Blockchains anders, aber alle müssen irgendwie auf Daten zugreifen und Daten verfügbar machen. Und da sind die Unterschiede tatsächlich nicht besonders groß. Das kann man perfekt auslagern. Und dass die Daten bei Celestia wirklich stimmen, dafür sorgt dann ein eigener Konsensmechanismus, der genau das sicherstellt und auf den sich alle anderen Blockchains verlassen können, die Celestia einsetzen. Und Celestia speichert dabei jetzt nicht stumpf alle Daten für immer, sondern optimiert diesen Prozess ein bisschen, weil das Execution Layer auch wirklich nicht alle Daten für immer benötigt. In unserem Beispiel braucht man nämlich die alten Kontostände nicht ewig vorzuhalten. Es reicht, wenn sichergestellt ist, dass die alten Kontostände korrekt gelesen wurden. Was damals der Kontostand war, das interessiert später eigentlich überhaupt gar keinen mehr. Also können die alten Kontostände mit der Zeit vergessen werden. Was zählt, ist der aktuelle, der neue Kontostand. Und deshalb muss man nur die Tatsache speichern, dass die Kontostände immer korrekt gelesen wurden und korrekt gespeichert wurden. Und das spart jede Menge Speicherplatz und damit dann auch Kosten. Und weil Celestia also sicherstellt, dass die Daten nur zur Verfügung standen, als sie gebraucht wurden, heißt dieses Layer auch nicht Storage Layer, sondern Data Availability Layer. Und das ist der korrekte Begriff. Der wird auch häufig DA abgekürzt. Und es gibt zum Beispiel auch ein Konkurrenzprodukt von Celestia, das sich EigenDA nennt. Und das macht dann im Großen und Ganzen eigentlich dasselbe wie Celestia. Bei DA, Data Availability, geht es also nur darum, aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen und lediglich Beweise für die Verfügbarkeit der Daten in der Vergangenheit vorzuhalten. Die Beweise, also die sogenannten Proofs, sind dabei viel, viel kleiner als die Daten selber und können viel besser und effektiver gespeichert werden. Celestia ist der Inhalt, dabei komplett egal. Celestia versteht also nicht wirklich, was da gespeichert wird. Es kann aber beweisen, dass die Daten korrekt waren, die gespeichert wurden. Und deshalb heißen die Daten auch Blobs, also so quasi unförmige Datenglibber, die für Celestia selber keine wirklich erkennbare Form haben. Blob, das steht übrigens für Binary Large Object. Und das jetzt mal nur so am Rande. Celestia kümmert sich jedenfalls nicht um die Inhalte, die gespeichert werden. Das können also Kontostände sein, wie in meinem Beispiel, aber viel besser geeignet ist, Celestia als DA-Layer für zum Beispiel alle Layer-2-Blockchains, die in regelmäßigen Abständen eine Art Prüfsumme auf eine Layer-1-Blockchain speichern müssen. Und das ist tatsächlich ein riesengroßer Markt. Celestia verkauft also Blobspace an andere Chains und verdient so bei jeder Blockchain mit, die auf Celestia aufsetzt. Und dazu jetzt mal ein paar Zahlen, um mal ein Gefühl für den Markt zu bekommen, mit dem wir es hier zu tun haben. Also eine Zahl, wie diese 1000 USDC bei Ethereum abzuspeichern, benötigt immer 32 Bytes. Das liegt einfach an dem Format, in dem Zahlen bei Ethereum gespeichert werden. Und es mag jetzt dem einen oder anderen viel vorkommen. Aber das hat tatsächlich große Vorteile im Fall von Ethereum. Und das ist natürlich ein ganz anderes Thema, über das man nochmal separat sprechen müsste. Nehmt das einfach mal so hin, 32 Byte. Übrigens machen die meisten anderen Blockchains wie Solana oder Cardano und so weiter das genauso. Ist also jetzt nicht besonders ineffizient von Ethereum oder so. Das ist einfach komplett normal im Kryptospace. Aktuell haben wir insgesamt 900.000 Validatoren bei Ethereum. Und jeder einzelne davon muss also 32 Bytes an Speicher zur Verfügung stellen, um diese eine einzige Zahl zu speichern. Das gesamte Ethereum-Netzwerk muss also 28 Megabyte vorhalten, nur um einen einzigen Kontostand zu speichern. Und es gibt ja hunderttausende User, die OSDC haben. Und dann gibt es auch noch mehr zigtausend andere Tokens auf Ethereum, die auch nochmal alle ihre Kontostände speichern müssen. Und da kann man sich also leicht vorstellen, wie viel Speichern nötig ist, um das ganze Ethereum-Netzwerk abzusichern. Und jeder Validator braucht aktuell circa 2 Terabyte an Speicherplatz mit stark wachsender Tendenz. Wenn man einen solchen Server bei Amazon mieten will, dann muss man dafür locker 300 Euro im Monat bezahlen. Davon sind alleine 100 Euro nur der Speicherplatz, also die Festplatten sozusagen, sind aber nicht wirklich Festplatten. Und das ist jetzt mal nur sehr, sehr vorsichtig gestellt, weil eigentlich noch operative Kosten obendrauf kommen. Also Leute, die bezahlt werden, um die Systeme am Laufen zu halten. Keine Redundanz hätte man jetzt drin in der Rechnung und nichts ähnliches. Wenn man also mal rechnet, dass es 900.000 Validatoren gibt, dann hat Ethereum nur für den Speicher Kosten in Höhe von 90 Millionen Euro im Monat. Das sind über eine Milliarde Kosten im Jahr, die Celestia als Umsatz hätte, wenn Ethereum auf Celestia umsteigen würde. Und leider wird genau das nicht passieren, weil Ethereum plant mit dem Denkun-Update eine Eigenlösung für Blobspace und wird wahrscheinlich niemals Celestia dafür einsetzen. Und sehr, sehr wahrscheinlich auch kaum eine andere größere Blockchain, wie zum Beispiel Ripple, Cardano oder Solana. Das kann man, glaube ich, erstmal schon mal total vergessen, diesen Punkt. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer kleinerer Blockchains, die tatsächlich Celestia einsetzen wollen. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man heute eine eigene Blockchain starten will, dann braucht man sich nur mit dem Execution Layer und dem Consensus Layer beschäftigen und hat schon für das Data Availability Layer eine fertige Lösung, die man nur bezahlen muss. Und da kommt dann jetzt der TIA-Token ins Spiel. Dessen Ziel ist es nämlich, den Blobspace zu bezahlen. Und alle diejenigen, die TIA bei Celestia staken, die bekommen von diesen Einnahmen etwas ab. Jetzt aber mal die Frage, wie hoch sind denn die Einnahmen bei Celestia zurzeit? Und dazu gibt es hier einen Tweet von Jason Janovitz mit einem Dashboard bei Blockworks, das die Einnahmen von Celestia zeigt. Und da sieht man hier ganz schön, dass die im gesamten Dezember täglich im Schnitt, ja ich würde sagen, sechs TIA-Tokens betrug. Also wohlgemerkt nicht 6.000 oder 6 Millionen, sondern einfach nur sechs. Bei einem Kurs von circa 20 US-Dollar wären das also im gesamten Monat Dezember Einnahmen in Höhe von 3.700 Dollar, die sich dann auf alle TIA-Staker verteilen. Und da kommt bei dem einzelnen Staker eigentlich nichts wirklich an. Wenn man bedenkt, dass es ja eben tausende Staker gibt. Ich würde mich wundern, wenn da pro Teilnehmer mehr als ein US-Dollar überhaupt rauskommen würde. Wie kann es dann aber sein, dass beim Staking von Celestia selber eine Staking-APR von circa 16% angegeben ist? Weil das kommt ja irgendwie nicht hin, dass wenn ich 1.000 Dollar in TIA stake und dann nur unter einem Dollar dabei rauskomme. Und die Antwort darauf ist Inflation. Wenn also das Dashboard stimmt, dann ist das allermeiste, was an Staking ausgeschüttet wird, reine Inflation und kaum gedeckt durch wirkliche Einnahmen. Und der Tokenwert von insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar wäre also eine reine Blase, bei der es nur eine Frage der Zeit ist, bis das System in sich kollabiert. Jetzt gibt es aber zwei Sachen, die man wirklich bedenken muss, bevor man das Ganze einfach so verwirft. Das eine ist, dass so ein Dashboard nicht unbedingt stimmen muss. Das Dashboard hier findet man auf BlogWorks Research und das befindet sich hinter einer Paywall von 900 US-Dollar im Quartal. Und da bin ich jedenfalls selber kein Mitglied, weil sich das hier für YouTube einfach nicht lohnt, wo ich ja eigentlich praktisch gar keine Einnahmen erziele. Ich kann also selber überhaupt nicht prüfen, ob das stimmt und ihr müsstet halt jetzt 900 Dollar im Quartal ausgeben, um mal zu schauen, wie sich das Dashboard weiterentwickelt hat. Jedenfalls, wenn man hier im Blog Explorer von Celestia unter selenium.io nachschaut, dann gibt es schon auch Einnahmen für Blobspace und das findet man hier unter den sogenannten PBFs, das heißt Pay for Blobspace. Und das sind Transaktionen, in denen irgendwas auf Celestia gespeichert wird und die tickern hier so fröhlich durch. Und da kommt alle paar Sekunden mal eine solche Transaktion und die Gebühren, die liegen so bei 0,0004 TIA pro Transaktion und leider kann man das jetzt nicht so richtig hochrechnen, weil die Transaktionen einfach zu unregelmäßig sind. Aber jetzt mal angenommen, da käme zweimal pro Sekunde eine solche Transaktion, dann bräuchte man so circa 20 Minuten, bis hier ein einziger TIA-Token zusammenkommt und das wären dann 72 TIA pro Tag an Einnahmen, also auf den Monat gerechnet, bei dem aktuellen Kurs circa 40.000 Dollar insgesamt. Und das ist zwar etwas besser als das Dashboard für Dezember, aber die Bewertung des Tokens wäre damit auch noch lange nicht gerechtfertigt. Wenn wir also zum Beispiel von einer Jahresrendite von 4% ausgehen, die so ein Projekt eigentlich bringen müsste, dann müssten sich die Einnahmen von Celestia auf etwa 9 bis 10 Millionen Dollar im Monat gelaufen und dann wären 40.000 tatsächlich auch ein ziemlicher Witz hier. Und man kann also davon ausgehen, dass TIA zurzeit massiv überbewertet ist und wenn man mal ganz großzügig davon ausgeht, dass der Tokenpreis nicht korrigiert bis zum Ende des Bullenmarktes, dann müssten die Einnahmen sich mindestens verzweihundertfachen in den nächsten anderthalb Jahren. Aber so funktioniert Krypto einfach nicht und daher gehe ich davon aus, dass der Token sehr, sehr stark korrigieren wird, sobald das Narrativ um Celestia abkühlen wird. Und da kommen jetzt die Airdrops ins Spiel. Celestia ist jetzt gerade am Anfang absolut darauf angewiesen, dass der Token noch zusätzlich Wert bekommt und das geht nur über Marketing, weil eine echte Wertschöpfung einfach noch nicht da ist. Und viele der Projekte, die jetzt starten und Celestia verwenden, schütten ihre Tokens in Airdrops aus an diejenigen, die TIA staken. Und bei manchen muss man dann eben noch so zusätzliche Aufgaben erfüllen, wie dass man zum Beispiel beim Testnet ein paar Transaktionen macht oder ähnliches. Aber TIA Staking ist als Bedingung für den Airdrop eigentlich immer dabei. Und das ist etwas, was offenbar sehr viele total reizt, jetzt TIA noch zu kaufen und zu staken, weil die Hoffnung einfach da ist, dass die Airdrops den Staking-Ertrag vervielfachen werden. Und wenn man das macht, dann muss man sich aber klar machen, dass Airdrops auch in Wirklichkeit nur eine Marketingkampagne sind. Airdrops sind ein super, super mächtiges Instrument, das eigentlich wirklich nur dem Cryptospace zur Verfügung steht, weil Crypto jederzeit Tokens aus dem Nichts erschaffen kann und keine andere Branche kann etwas Vergleichbares machen. Die Kosten sind dabei ziemlich gering, aber die Psychologie dahinter, die ist super mächtig und die besteht darin, dass man etwas geschenkt bekommt für das Nichtstun oder für eine vergleichsweise harmlose Aktion. Und das, was man geschenkt bekommt, das steigt dann womöglich sogar noch im Wert. Und immer, wenn ein großer Airdrop kommt, dann ist Social Media tatsächlich voll von Storys von 17-Jährigen, die mit einem Schlag hunderttausende Dollar bekommen haben, weil sie mal vor ein paar Wochen 300 Dollar irgendwo eingelegt haben. Und der Netzwerkeffekt ist absolut gigantisch für das, was hier eigentlich tatsächlich gar nichts gekostet hat. Aber Airdrops, das sind in Wirklichkeit gar keine Geschenke. Projekte, die Airdrops machen, lagern dabei verschiedene Dinge aus an diejenigen, die sich darauf einlassen. Und da wäre zum einen natürlich die Werbung, weil, naja, das habe ich ja eben erklärt. Und wenn man mal schaut, wie YouTube-Videos laufen, die jetzt einen Airdrop-Guide machen, dann weiß man eigentlich auch schon Bescheid. Und zum anderen wird das Testen von neuer Software einfach ausgelagert, weil in der Regel man für einen Airdrop schon irgendwas machen muss. Und da muss man ganz, ganz oft das Produkt als einer der allerersten ausprobieren und an den ganzen Ecken und Kanten vorbeiarbeiten, die es am Anfang nun mal gibt bei solchen Projekten. Und jeder, der sowas schon mal gemacht hat, der weiß jetzt ziemlich genau, was ich meine. Da sind zum Beispiel Eingabefelder kaputt oder ausgerechnet das eine Wallet geht nicht, was man sonst immer benutzt. Und dann installiert man ganz schnell mal ein anderes Wallet und richtet das ein und so weiter. Und wenn Assets jetzt einfach irgendwo feststecken, dann ist man auch schon mal ganz schnell im Discord des Projekts und meldet dann plötzlich ein Bug. Und dann wird natürlich auch noch das Risiko ausgelagert, dass darin besteht, eine Anwendung live zu testen, wenn es so noch fast gar keine Audits gibt. Und das müssten die Projekte ja eigentlich selber machen mit eigenen Assets, die dann also weg wären, wenn irgendwas passiert. Und jetzt kann man also bei Celestia leider wirklich nicht sagen, wie hoch der Token noch steigen wird durch diese Airdrop-Welle, weil die ganze Psychologie einfach am Werk ist. Aber wichtig ist, dass das Staking von TIA auch immerhin 21 Tage braucht, bis man da wieder rauskommt. Das heißt, man muss sich das ziemlich gut überlegen, wann man da wieder aussteigt. Also rechtzeitig vor der Korrektur, die dem Token meiner Meinung nach ganz sicher bevorsteht. Und bei dem Verhältnis zwischen Einnahmen und Bewertung kann das ziemlich heftig werden. Also 40 Prozent sind da, finde ich schon, eine ziemlich optimistische Prognose. Und da ist die Frage, ob die Tokens aus dem Airdrop das in irgendeiner Form auffangen können, was man also an der anderen Stelle verliert. Und auf der anderen Seite wird der Token auch nicht in aller Ruhe korrigieren, wenn alle Airdrops dann fertig gelaufen sind. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, hängt man da noch im Staking durch die 21 Tage und kommt erst raus, wenn es zu spät ist. Und wenn man jetzt aber auf der anderen Seite zu früh aussteigt, dann verpasst man wahrscheinlich die allerbesten Airdrops. Ist also ein ziemlich blödes Dilemma. Okay, also mein Fazit dazu wäre jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die die Celestia sehr früh entdeckt haben und im Bereich von ein paar Dollar pro TIA da eingestiegen sind. Ihr seid sehr, sehr wahrscheinlich safe. Und ich finde, dass Celestia ein tolles Projekt ist und langfristig ein riesiges Potenzial hat. Ich finde, besser wäre es natürlich, wenn jetzt Ethereum oder eine der großen Chains auf Celestia setzen würden. Klar, aber das wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also wird das Wachstum von Celestia langsam und stetig sein. Leider eben auch zu langsam, um die hohe Bewertung aufrecht zu erhalten. Ganz zu schweigen davon, wenn jetzt der Kurs sogar noch weiter steigen sollte. Also als langfristiges Investment glaube ich, dass Celestia eine sehr, sehr gute Wahl ist. Celestia bietet einen riesen Mehrwert für das Ökosystem und man muss einfach eine Korrektur von 40 bis 80 Prozent aushalten können. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt aktuell was für mich ist. Ich werde also jetzt wegen des Funs, wegen des Spaß, den die Airdrops bringen, einfach mal eine kleine Summe investieren und die dann auch staken und einfach mal schauen, ob sich später ein guter Einstieg ergibt. Und falls nicht, ist das auch nicht schlimm. Es gibt zurzeit ja genug andere Sachen, in die man besser investieren kann. Und das wäre es jetzt erstmal von meiner Seite über Celestia. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.